Hallo, wie geht's? Mir geht's gut. Und dir? Es geht mir gut, danke. Wie heißt du? Ich heiße Eva. Eva, wie alt bist du? Ich bin in Chiara. Wo wohnst du? Ich wohne in Pitecht. Sehr gut. Du kannst die Geschichte erzählen. Paul zeigt, was er kann. Im in Paul ist es langweilig. Ein Hase rennt über das Eis. Wer bist du? fragt Paul. Ich bin Sack. Der Schnee hasse. Spielen wir Fangen. Ich hab dich los. Sack. Du bist dran. Sack springt über das Eis. Paul folgt ihm. Paul ist viel zu langsam. Sack springt auf eine Eischöle und lacht. Plötzlich lacht es laut. Die Eischöle los ist vom Ufer. Hilfe! Sack. Ich kann nicht wimmern. Paul lechelt. Das ist ein langweiliger. Paul lechelt. Paul lechelt auf eine Eischöle und isst die Eischöle. Dann zieht er sich zu Lukas und vor. Das ist sehr anstrengend, aber Paul schafft es. Du bist ein toller Schwimmer, sagt. Danke, kein Problem, Paul lächelt. Sehr gut und sehr schön, Eva. Wie viele Tiere sind in der Geschichte? In der Geschichte sind zwei Tiere. Ja, wie heißt der Pinguin? Der Pinguin heißt Paul. Und der Schneehase? Der Schneehase heißt Sack. Was spielen sie zusammen? Sie spielen Fangen. Ja, wer springt über das Eis? Der Sack springt über das Eis. Ja, richtig. Was ruft der Schneehase? Der Schneehase ruft Hilfe. Ja, sehr gut. Bravo, danke, tschüss.